Hallo, hier ist Stille Wut in München. Heute haben wir den 16.03.2020. Es ist erschütternd, wie die Leute damit umgehen, mit dem Corona. Das ist Wahnsinn. Teilweise sind auch die Gaststätten noch voll, so wie hier in Ottobrunn oder in München, wie an der Münchner Freiheit. Da gibt es sogar Partys und Feier. Also es ist unglaublich, was hier abgeht. Es ist der Wahnsinn, obwohl der Katastrophenfall ausgesprochen worden ist. Also so geht es nicht, Leute. Ja, also wir sehen es ja auch hier hinten. Es wird fleißig noch schön essen gegangen. Man trinkt aus Gläsern etc. Blablabla. Man hat ja noch nichts davon gehört, wie man sich sozusagen schützt, beziehungsweise auch als potenzieller Träger schützen sollte, vor allen Dingen die Umwelt schützen sollte, vor allen Dingen seine Mitbürger, auch für seine Mitbürger bestimmte Maßnahmen einhält. Nein, die Leute sind einfach komplett ignorant, die meisten zumindest, die irgendwie keinen Hirn haben, die einfach irgendwie meinen, das läuft ja alles so, fällt ja keiner um, ist ja alles super. Wir kriegen aber in unserem Umfeld immer mehr mit, Pfälle auch mit und so weiter, aber wie das Gesundheitsamt im Endeffekt mit dieser Situation momentan auch überfordert ist und auch mit diesen Schnelltests etc., wie das hier überhaupt gar nicht funktioniert, wie auch teilweise, was heißt teilweise, fast überall die Regale ausgeräumt werden, wo Leute teilweise gar kein Spüli mehr bekommen, geschweige denn, wie sagt man, ein Desinfektionsmittel, das ist ja sowieso schon Mangelware, was dann zu horrenden Preisen irgendwo verdonnert wird. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben hier einen Ausnahmezustand, mit dem die Bürger und vor allen Dingen viele Leute überhaupt nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Für sie ist es irgendwie wie so ein Science-Fiction-Film, aber die Realität sieht so aus, dass jeder hier, jeder von uns, ja, eine Verantwortung hat und zwar eine Verantwortung für unsere Mitmenschen, für unsere Mitmenschen, weil jeder von uns kann Träger sein, unabhängig davon, ob er jetzt sich angesteckt hat, auch selbst mit dann mit der Gesundheit zu tun hat, ja, ist er, jeder ist dazu angehalten, ja, für seine Mitmenschen, für seine Mitmenschen mitzudenken und zu sagen, nein, ich gehe nicht in ein Lokal und sauf mir da, lutscht da die, die Gläser ab und und esse von dem Besteck etc. Ich halte mich ein mit den bestimmten Hygienevorschriften. Sind die hier so blöd oder was? Ich habe so das Gefühl, die haben immer noch nicht den Schuss gehört. Und ich sage euch eins, Leute, das wird noch viel extremer werden. Ihr werdet euch noch wundern. Und dann vielleicht haben sie den Schuss gehört, aber wahrscheinlich müssen diese Leute erst einmal so richtig die Grenze reinkriegen, dass sie reagieren. Also Fakt ist, passt bitte auf, auch für die anderen. Habt ein bisschen soziales Denken, ja, das ist ja anscheinend hier ziemlich brach. Also, bis dann. Tschüss, stille, gute München.